so ich glaube das wird schon wieder mein letzter kampf hier bei dieser mini aufnahmesession bei pokémon tech dx weil scheinbar scheint heute nicht mein tag zu sein ich krieg es einfach nicht gebacken ist wohl auch tag spezifisch bei mir aber ich glaube das hatte schon öfter mal gesagt bei staffel 2 staffel 1 es gibt manchmal tage da willst einfach nicht hinhauen und dann gibt es wieder tage wo ich mir denke was geht denn hier ab gruppe s5 jawohl alokat 13 gott besser kann es nicht mehr laufen als letzten kampf unfassbar ok s5 ja so kann es weitergehen da würde ich auch drin bleiben weil damals mir auch nichts auszuverlieren weil da weiß ich okay das ist tatsächlich okay Okay, geht auch nicht. Na gut. Müssen wir vielleicht auch ein bisschen anders machen hier. Na gut. Ah, Mann. Nein. Scheiße. Ah, Mann. Die zweite Runde lief besser. Warum lief die schon die erste so gut? Aber schön, okay. Als ob ich eine Gruppe S gewinnen würde. Ich meine, schön wär's. Ich glaube, ich versuch's jetzt trotzdem noch einmal. Vielleicht krieg ich noch mal so einen. Sowas mach ich wiederum gern, auch wenn ich verlieren und absteige. Aber gut, okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich mach mal schnell. Vielleicht krieg ich ihn noch mal. Bis dann. Tschüss.